Ich hab... Heute gibt's, äh, Dingens-Time. Äh, Nachtsicht? Nachtsicht? Da. Oh, diese fucktaschenlampe. Ein Zafn mit der Schrot. Sie müssen jetzt am Schutzschalter sein. Neben dem Schalter blinkt die rote Strahlungswarnung. Ja. Und... Ah. Äh... Maximale Stärke. Maximale Ponsum. Wo ist hier ein Reaktor? Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja. Okay, ich bin im Reaktor. Maximale Ponsum. Was jetzt? Drücken Sie den roten Knopf. Scream-Sequenz aktiviert. Gute Arbeit, Nomad. Die Steuerstäbe müssen jetzt runterfahren. Naja. Fast. Drei fahren nicht runter. Die Steuerstäbe sind verklemmt. Ähm. Ähm. Drei fahren nicht runterfahren. Ich glaube, Sie entziehen dem Reaktor Energie. Somit. Für die Energie des Kärns müssten wir sie überladen können. Bleiben Sie in Reichweite. Ich sende das Signal über Ihren Anzug. Okay. Hö! Oh yeah! Radioaktivität! Es geht um Leben und Tod und Tendet. Sie müssen die Steuerstäbe einstecken. Die Strahlungswerte hier drin sind extrem hoch. Hält Ihr Anzug das aus? Ja, Sir. Benutzen Sie Ihre Nanosuits. Hier unten wird es langsam fetisch. Oh, ich bin tot. Ja. Scheiße auf Panzerruck. Screen Sequence aktiviert. Gute Arbeit, Nomad. Die Steuerstäbe müssten jetzt runterfahren. Verdammt, die Steuerstäbe sind verklemmt. Er wimmelt es von Freunden. Ich glaube, Sie erzielen dem Reaktor Energie. Somit. Mit der Energie des Kärns müssten wir sie überladen können. Bleiben Sie in Reichweite. Ich sende das Signal über Ihren Anzug. Ach. Ach. Ich glaube, es funktioniert. Die Tod sind nicht zu überrascht. Es geht um Leben und Tod durch Terrens. Sie müssen die Steuerstäbe einstecken. Die Strahlungswerte hier drin sind extrem hoch. Hält Ihr Anzug das aus? Ja, Sir. Boah. Ah. Puh. Erstmal Leben aufladen. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Noch mehr. Komm. Los. Oh, wieder rein. Ich leite die Energie jetzt auf das Sekundärsystem um. Gute Arbeit. Gute Arbeit mit den Steuerstäben. Aber ich brauche sie hier am Deck. Eine neue Angriffswelle nähert sich. Kommen Sie rauf. Ich bin dabei, bin dabei, bin dabei, bin dabei, bin dabei, bin dabei, bin dabei. Eieieieiei. Und ich bin tot. Jetzt war ich zu schnell. So. Da runter. Nee. Da dann. No, man, ich glaube, die Jungs auf dem Flugdecker haben Probleme. Helft die lieber. Ich habe ja den Ehrensherr. Unterkunde! Ich bin nicht ganz sicher, wo ich lang soll. Die Drucktür ist offen, Lieutenant. Nehmen Sie den Politionsaufzug. Steht doch! Schon 16 Uhr, ey. Ich bin nicht ganz sicher. 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 Bist Vieh. Geh weg! Pfff. Scheiße. Alter, ich bin echt so ein bisschen... ...überfordert, wenn ich das so sagen darf. Pff! Der Minigun. Oh! Fuh! Die Minigun. Hey! Da hier nicht noch einer. Hier war bestimmt... ne, hier ist keiner mehr. Drittsviecher. Wer hat die erfunden? Okay, das Ding lebt noch. Um... 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 Mal, wie viel sind das? Oh. Da laufe ich ja meine eigene Granate rein. Ich bin ja auch ein Fettigend. Wende? Wende? Alle Mann von Wut! Alle Mann von Wut! Ich hab das aber schon gewusst, dass da einer rauskommt, weil die Wand hier schon so komisch aussah. Das war recht einfach jetzt zu sehen. Ich gehe rauf, aber erst mal frage ich noch, was wir brauchen. Morrison, ich hole mir jetzt diese Tech-Kanone aus dem Labor. Halt dich! Oh, Tanne! Die Fokus ist was! Etwas Großes! Nachladen! So, Tech-Kanone. Was lassen wir dafür hier? Ach, egal. Nehmen wir mit. Ich hab die Tech-Kanone. Nomad, das Flugdeck wird überrannt. Wir müssen das Schiff verlassen. Schnell! Wir verschwinden, Nomad. Ich bringe uns hier mit einem Senkrechtstarter raus. Wir warten auf dich. Ah! Gut, das machen wir aber dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Alter, das wird immer heftiger. Sie werden an Deck gebraucht, Tör. Ja, ist mir klar.